Hallo Michael, schön, dass du da bist. Michael, wie alt bist du? Ich bin 21 Jahre alt. Wann hast du Geburtstag? Am 27. Januar 1994. Wo wurdest du geboren? In Ellwangen an der Jax. Wie groß bist du? 1,88. Wie viel wiegst du? Ca. 86 Kilo. Welche Schulgröße hast du? 45,5. Hattest du als Kind einen Traumberuf? Ja, ich wollte Fußballprofi werden. In welchem Alter hast du angefangen im Verein Fußball zu spielen? Das war mit 5 Jahren. Wie hieß dein erster Fußballverein? SV Eintracht Kirchheim-Dirgenheim. Hattest du als Kind einen Lieblingsverein? Ja, der VfB Stuttgart. Hattest du als Kind einen Lieblingsspieler? Ja, früher war ich noch offensiver tätig und als Stürmer. Da war es der Giovanni Elber. Hast du aktuell ein Vorbild? Nein, eigentlich nicht. Wer ist für dich der beste Fußballspieler der Welt? Lionel Messi. Seit wann spielst du für den FCK? Seit Sommer 2011. Welcher Trainer hat dich zum FCK geholt? Das war der Gunter Metz und der Florian Zahn. Auf welcher Position spielst du? Als Innenverteidiger. Bist du oder warst du einmal Nationalspieler? Wenn ja, von welcher Nationalmannschaft? Ja, ich war U18-Nationalspieler von Deutschland und habe drei Länderspiele gemacht. Wie viele Tore hast du als Profi geschossen? Bisher leider noch keins. Welche schweren Verletzungen hattest du bisher? Einmal ein Sintes-Moseband-Riss und ein Zehnbruch. Wie gefällt es dir beim FCK und in Kaiserslautern? Es gefällt mir sehr gut und ich fühle mich wohl. Hast du einen Lieblingsort in Kaiserslautern? Ja, das ist hier das Fritz-Walter-Stadion. Was für Hobbys hast du? Ich höre gerne Musik, treffe mich gerne mit Freunden und mache auch andere Sportarten wie Basketball, Beachvolleyball und Tischtennis. Was ist deine Lieblingsspeise? Spaghetti Bolognese. Und was ist dein Lieblingsgetränk? Spezi. Hast du ein Haustier? Wenn ja, welches und wie heißt es? Hier in Kaiserslautern nicht, aber bei mir zu Hause haben wir schon zwei Pferde, ein Hund und noch zwei Landschildkröten. Schaust du lieber Filme oder liest du lieber Bücher? Eigentlich beides. Hast du einen Lieblingsfilm oder ein Lieblingsbuch? Nein, nicht. Welche Musik hörst du gerne? Also die aktuellen Charts, was gerade so im Radio läuft. Spielst du ein Musikinstrument? Ich habe früher in der Grundschule Blockflöte gelernt, aber kommt manchmal noch an Weihnachten spiele ich vielleicht noch ein Lied für die Familie, aber sonst nichts mehr. Wohin fährst du am liebsten in Urlaub? Nach Italien. Wie warst du in der Schule? Ich war ganz ordentlich. Mein Abitur erfolgreich bestanden. Hattest du in der Schule ein Lieblingsfach? Es war Mathe und Sport. Wo warst du, als der FCK 1998 Deutscher Meister geworden ist? Keine Ahnung. Wie lautet dein Tipp für das heutige Spiel? Wir gewinnen 2-0. Vervollständige den Satz, wir gewinnen heute, weil? Weil wir die bessere Mannschaft sind. Michael, vielen Dank und dir alles Gute. Dankeschön. Applaus